Bis heute haben Wissenschaftler, die sich mit unserem Körperbau beschäftigen, die Faszien vergessen. Das ist ein komplettes System, das wir immer noch nicht erforscht haben. Neurologie, Körperwahrnehmung, Kraftübertragung, Sprungkraft, Wundheilung. Also es gibt kaum Gebiet, wo das nicht eine wesentliche und aus heutiger Sicht dann oft überraschende Rolle spielt. Faszien. Was sind sie? Ein verborgenes Bindegewebe überall in unserem Körper. Direkt unter der Haut und tiefer. Ungefähr 20 Kilogramm unseres Körpergewichts soll dieses weißliche Gewebe ausmachen. Die Faszien umhüllen unsere Muskeln, Sehnen und Organe. Sie sind Bindeglied zu unseren Knochen. Jahrhundertelang wurden sie übersehen und unterschätzt. Plötzlich sind sie in aller Munde, denn sie sollen eine zentrale Rolle für unsere Gesundheit spielen. Sind sie Ursache und Rettung für die Volkskrankheit Nummer 1, den Rückenschmerz? Die Suche danach führt uns durch die ganze Welt. Maine, USA. Thomas Myers bildet Therapeuten aus. Er ist Faszienpionier der ersten Stunde und hat das wegweisende Buch Anatomy Trains geschrieben. Er ist sich sicher, Faszien sind überall im Körper miteinander verbunden. Wenn jemand zu mir kommt mit einer Entzündung der Plantarfaszie unter der Fußsohle, dann bekomme ich selten die besten Langzeitergebnisse, wenn ich diese Faszien behandle. Eine anhaltende Verbesserung erziele ich eher, wenn ich am Unterschenkel arbeite oder oben am hinteren Oberschenkelmuskel oder sogar am Hinterkopf oder am Nacken, weil alles Teil eines Systems ist. Meyers ist überzeugt, dass die Faszien dieses geheimnisvolle Gewebe in unserem Körper in unzähligen Linien miteinander verbunden sind. Vom Kopf bis zum Fuß, von einer Hand quer über die Schulter zur anderen, sogar spiralförmig durch den ganzen Rumpf. Für ihn steht fest, wenn es an einer Stelle zwickt, liegt die Ursache meist ganz woanders. Bei Schmerzen im unteren Lendenwirbelbereich gibt es dafür viele verschiedene Ursachen. Es kann mit den Fußgewirben zu tun haben, mit den Knien, von den Hüften ausgehen. Es kann von den Schultern nach unten ziehen. Sie sehen das große Dreieck zwischen den Schultern und dem unteren Rücken, also das hängt natürlich zusammen. Wir sehen uns auch an, wie der Rücken sich bei einer Vorbeuge verhält. Beug dich einfach weiter nach vorne. Wir wollen sehen, ob die Dornfortsätze sich voneinander wegbewegen, wenn sie faszial blockiert sind in einer Region. Das ist für die Kamera vielleicht schwer zu sehen. Sie ist blockiert zwischen L2 und L3. Wenn ich versuche, ein Problem im Lendenwirbelbereich zu beheben, kann ich es mir überhaupt nicht erlauben, nicht überall hinzusehen. Ich habe keine Ahnung, wo die Ursache des Problems ist. Weil die Tensigrität, die Zugspannung des ganzen faszialen Systems, das Problem zwar im Lendenwirbelbereich zeigt, weil wir da alle einen schwachen Punkt haben, aber das bedeutet nicht, dass es einen Ursprung hier hat. Ich muss mir das ganze Modell ansehen, wenn ich den Schmerz wirklich dauerhaft wegnehmen will. Anatomy Trains ist die Bibel der Therapeuten weltweit. Doch was ist wirklich dran an Meyers heilsbringenden Zuglinien? Noch fehlt der wissenschaftliche Nachweis. Dem ist in Frankfurt am Main der Sportwissenschaftler Jan Wilke auf der Spur. Er will herausfinden, ob es die anatomischen Ketten von Meyers tatsächlich gibt. Es war dann, wie gesagt, wirklich sehr, sehr überraschend, dass eigentlich das nur eine These, ein Modell ist. Man hat wirklich mit einem Modell gearbeitet und hat sich wahrscheinlich, wenn man es ketzerisch sagen möchte, sehr viel vorgestellt beim Behandeln. Und ob das wirklich funktioniert, das ist eben das Ziel herauszufinden. Also ist das, was sich verändert, ist das wirklich die Faszie oder ist es vielleicht auch einfach nur der Glaube daran, dass es die Faszie ist? Wissen oder Glaube? Existieren Tom Meyers Zugbahnen wirklich? Sechs Linien testet Wilke und konzentriert sich auf die Rückenlinie. Die Linie, für die die beste wissenschaftliche Evidenz vorliegt, ist die oberflächliche Rückenlinie. Und das ist auch die Linie, die wir in unseren Studien hier, den anwendungsorientierten Studien, vorwiegend untersuchen. Das heißt, die Verbindung aus dem Rückenstreckerpaarig neben der Wirbelsäule, dem Ligamentum Sacrotuberale, dieser Bandverbindung zur unteren Extremität, zum Bein und dort der Oberschenkelrückseite, die dann in die Wadenmuskulatur übergeht mit der Achillessehne und letztlich dieser Plantarmonerose unter der Fußsohle. Worin liegt das Geheimnis der Verbindung von ganz unten nach ganz oben? Zum Nachweis der Meyerschen Rückenlinie führt Wilke eine Reihe von Experimenten durch. Wenn das Sprunggelenk bewegt wird, dann müsste sich eigentlich die Faszie im hinteren Oberschenkel mitbewegen. Und tatsächlich, der Ultraschall zeigt dort ein leichtes Gleiten der Faszie. Zumindest unsere ersten Ergebnisse, unsere pilotartigen Befunde, scheint es so zu sein, wenn ich da unten etwas bewege, wenn ich also die Wadenmuskulatur dehne sozusagen, dann scheint sich auch im Bereich der Muskulatur der Oberschenkelrückseite einen Zugeffekt nachweisen zu lassen. Der zweite Versuch ist noch wichtiger. Der Nachweis der faszialen Verbindung zwischen Halswirbelsäule und Bein. Dazwischen liegt der ganze Rücken. Zuerst wird die Beweglichkeit der Halswirbelsäule getestet, dann das Bein gedehnt. Welche Auswirkung hat diese Dehnung auf die Halswirbelsäule? Das will Wilke wissen. So, dann schauen wir uns jetzt die Ergebnisse an. Hier dargestellt sind jeweils die Mittelwerte von den fünf Wiederholungen, die wir gerade gemacht haben. 108 Grad ist die gesamte Beweglichkeit, gemittelt über die fünf Wiederholungen, vier Grad mehr als im Test zuvor. Die Beweglichkeit hat sich also nach dem Dehnen der Beinmuskulatur verbessert. Wir haben also eine verbesserte Beugung und Streckung des Kopfes im Halswirbelsäulenbereich. Und auch das könnte wieder so ein Hinweis darauf sein, dass es einen mechanischen Übertragungseffekt von den Beinen hier nach oben auf die Halswirbelsäule gibt. Auch wenn noch nicht alle Zuglinien nachgewiesen sind, hat die Arbeit mit einer Faszienrolle am Oberschenkel sicher einen Effekt auf eine weiter entfernte Körperregion. Zum Beispiel den Hals. Wilke vermutet, dass die Kräfte nicht nur vertikal übertragen werden, sondern auch horizontal. Was ist die Relevanz für die Praxis? Denn das ist letztendlich das Ziel immer von Forschung, sie anwendungsorientiert zu machen. Das heißt, zu schauen, kann es eine wirkliche Alternative auch für den Arzt, den Physiotherapeuten oder auch den Patienten zu Hause darstellen? Wenn der sich also dehnt, muss der quasi wirklich nur bei seiner Halsverspannung im Bereich der Halswirbelsäule arbeiten? Oder kann der auch, wenn er das gar nicht möchte, vielleicht zum Beispiel im Bereich des Rumpfes oder der Beine arbeiten und dann über so einen Übertragungseffekt für sich Erfolge erzielen? Was Meyers und Wilke mit Händen und Messinstrumenten untersuchen, hat er als erster sichtbar gemacht. Jean-Claude Gambatteau. Der Handchirurg aus Bordeaux hat das faszinierende Ganzkörpernetz bei seinen unzähligen Operationen entdeckt. In der Chirurgie sieht man täglich, wie das Bindegewebe gleitet. Aber wie funktioniert dieses verbindende Gleiten? Eine Frage, die bisher niemand beantwortet hat. Ich wollte wissen, wie dieses Gleiten funktioniert, damit ich dann Sehnen besser rekonstruieren kann. Auch Sehnen sind Bindegewebe und das wollte ich verstehen. Am Institut für Hand- und Fußchirurgie in Bordeaux macht Gambatteau die Welt der Faszien sichtbar, die er unter der Haut entdeckt hat. Mit einer besonderen Kamera filmt er das Gewebe im lebenden Körper. Seine Bilder haben die Wissenschaft und die Wahrnehmung der Faszien verändert. Sehen Sie, die Fasern, das System. Es sieht total chaotisch aus, ist es aber nicht. Es macht Leben erst möglich. Eine perfekte Physis. Je mehr wir daran arbeiten, umso mehr werden wir die Faszien und ihre Struktur verstehen. Und damit werden sich neue Therapiemöglichkeiten eröffnen. Wir sind wirklich ein Netz von Fasern. Und das zieht sich von der Oberfläche der Haut bis in die Tiefen des losen Bindegewebes und der Zellen. Alles ist durch eine Struktur von extrem flexiblen Fasern miteinander verbunden. Es gibt keine freien Räume, alles hängt zusammen. Schauen Sie, wie schön das ist. Sehen Sie? Seine Bilder, die nicht zuletzt durch ihre Ästhetik faszinieren, offenbaren den Farb- und Gestaltenreichtum der Gewebestrukturen, die permanent in Bewegung sind. Immer im Wandel. Welche Ordnung lässt sich in diesem gigantischen Ganzkörpernetz finden? Welchen Sinn und welche Funktion haben die Faszien? Ein Rätsel, dessen Lösung die internationale Forschung immer näher kommt. Padua, eine der ältesten Städte Italiens mit einer der ältesten Universitäten Europas. In diesen ehrwürdigen Hallen hat Galileo Galilei verkündet, dass sich nicht alles um die Erde dreht. Und hier hat 1678 die erste Frau ihren Doktor gemacht. Ein Ort für Revolutionen, auch heute noch. Denn hier ist Carla Steko, Professorin für Anatomie. Sie folgt ihren Ahnen, die hier im alten Anatomiesaal gegen das Verbot der Kirche das Innere des menschlichen Körpers erforschten. So wie Steko heute als eine der ersten die Welt der Faszien erforscht. Ich denke, dass Faszien wirklich wichtig sind. Die Faszien zu vergessen wäre, als ob wir die Nerven vergessen oder die Gefäße des Körpers. Es ist ein Organ. Und wir müssen verstehen, wie wir damit umgehen. Nicht nur Carlas Steko, auch ihr Bruder Antonio hat sich der Faszienforschung verschrieben. Der Vater gab dazu den Anstoß. Mein Vater war einer der ersten, der sich für die Faszien interessiert hat und dafür, wie man mit den Faszien umgeht. Bei uns zu Hause wurde immer von den Faszien geredet. Aber am Anfang war ich nicht wirklich überzeugt, was die Faszien machen. Darum habe ich angefangen, mich für die Anatomie zu interessieren. Und ich wollte sie in meinen Sektionen sichtbar machen, um zu verstehen, wie dieses Gewebe funktioniert. Vor der Sektion, die sie heute im Anatomiesaal ihrer Fakultät durchführt, erklärt Steko ihren Studenten am Beispiel einer Pampelmuse, was das fasziale Gewebe ist. Anhand dieser Pampelmuse können wir verstehen, was die Faszie ist und wie die Faszie sich mit dem Muskel verbindet. Wenn wir die Pampelmuse in der Mitte durchschneiden, dann sehen wir nicht nur das Fleisch, sondern auch eine faserige Komponente, die die Pampelmuse in Einzelstücke teilt und die das Gewebe stützt. Am menschlichen Präparat zeigt sie ihren Studenten, wo überall im Körper sich Faszien befinden. Das hier sind die Faszien. Es ist das lose Bindegewebe, das mir das Gleiten erlaubt, von einer Ebene zur anderen Ebene. Seht ihr diese sehr flüssige Struktur? Wie man sie ganz einfach verschieben kann? Seht, wie ich da rein kann. Und alles ist aus Wasser und Protein und Gewebe. Schaut, wie schön das ist. Faszien, das wissen wir auch dank der Arbeit von Calas Deco, existieren überall im Körper und in vielerlei Form und Beschaffenheit. Direkt unter der Haut sind die oberflächlichen Faszien. Die tiefen Faszien umhüllen unsere Muskeln, wie die Pelle, die Wurst und sogar die Muskelfasern. Auch unsere Organe umschließen sie als weißliche Haut. Und sogar unser Gehirn ist geschützt von diesem geheimnisvollen Gewebe. Wir können selbst die Hirnhäute als spezielle Faszie ansehen, weil sie letztlich die gleichen Charakteristika haben, wie wir sie aus anderen Teilen des Körpers kennen. In ihren unzähligen anatomischen Untersuchungen hat Calas Deco einen Faszienatlas erstellt. Den ersten Faszienatlas überhaupt. Ihre Erkenntnisse sind wegweisend. Erstmals in der über 400-jährigen Geschichte der medizinischen Anatomie sind damit die Faszien systematisch für den gesamten menschlichen Körper erfasst. Am Anfang habe ich nichts verstanden. In den ersten Sektionen schien alles ein Chaos zu sein und ich habe kein klares Bild gesehen. Dann so langsam habe ich verstanden, wie ich die Faszien aufspüren kann. Und jetzt ist es ziemlich klar, was die Faszie ist. Und das wollte ich in meinem Atlas zeigen. Steco untersucht die Thora Columbalis, die große Rückenfaszie. Findet sie hier Ursachen für das Leiden so vieler Rückenpatienten? In dieser Region, im Bereich der Lände, da ist eine besonders kritische Zone und nicht umsonst klagen 80 Prozent der Menschen über Rückenschmerzen. Die große Rückenfaszie. Noch konnten Forscher nicht alle ihre Geheimnisse entschlüsseln. Ihre Bedeutung für viele Rückenprobleme verdichtet sich aber immer mehr. Wir haben jetzt die Faszie Thora Columbalis isoliert. Sie ist die bedeutsamste tiefe Faszie, die wir im Körper haben, die im Moment von so vielen erforscht wird, weil sie der Ursprung der Rückenschmerzen zu sein scheint, des sprichwörtlichen unspezifischen Rückenschmerzes. Die Rückenfaszie ist eine der wichtigsten Faszien in unserem Körper. Doch wie kann es sein, dass eine Faszie Schmerzen verursacht? Warum macht uns dieser Gewebelappen immer wieder Probleme? Das will auch Robert Schleib wissen, einer der bekanntesten deutschen Faszienforscher. Seitdem er weiß, wie die Faszien in unseren Körpern miteinander verbunden sind und wie wichtig Bewegung für das Bindegewebe ist, springt er täglich mehrere Minuten Seil. Der ausgebildete Psychologe und Körpertherapeut kommt, wie so häufig in der Faszienforschung, ursprünglich aus der Praxis. Weil er endlich wissen wollte, was er da unter seinen Händen spürt, nahm er eine Auszeit, um sich ganz der wissenschaftlichen Forschung zu widmen. Am Institut für Angewandte Physiologie der Universität Ulm in Günzburg promovierte er über das fasziale Gewebe. Seine Erkenntnisse sind preisgekrönt. Einmal ist es so eine Märchengeschichte von mir, weil das wirklich ein Aschenputtelgewebe war. Und das ist also dieser kleine Dicke, der am Anfang ausgelacht wurde, der jetzt plötzlich anerkennt wird. Also das ist einfach eine für mich herzerr und auch noch wahre Geschichte. Also das war wirklich das Wegwerforgan. Da war man eigentlich froh in der klassischen Anatomie, wenn man dieses farblose, klebrige Organ einigermaßen frei präpariert hat, um dann die eigentlichen Muskeln und Organe vor sich zu haben. Und dass jetzt dieses verpackungsstrukturlose Organ so eine Karriere in den letzten Jahren macht, das finde ich einfach eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Schleib will wissen, was die vielfältigen Aufgaben und Funktionen der so lange unterschätzten Faszien sind. Woraus besteht dieses faserig-weißliche Gewebe eigentlich? Die Faszien setzen sich zusammen aus Fibroblasten und der sie umgebenden Matrix. Die Fibroblasten sind die Zellen des Bindegewebes. Sie stellen unter anderem die Kollagenfasern her, aus der die Matrix zu großen Teilen besteht. Man kann sagen, mit dem Kollagen bauen sie ihr eigenes Zuhause. Interessanterweise machen die Zellen in dem faszialen Bindegewebe nur einen geringen Volumenanteil aus. Aber sie erzeugen den großen Teil des Restes. Also ich vergleiche das gerne mit Ameisen, die einen großen Ameisenberg zusammen aufgebaut haben, obwohl sie selber nur weniger als 10 Prozent vom Volumen ausmachen. Gemeinsam mit seinem Ulmer Forschungskollegen Werner Klingler macht sich Robert Schleib auf die Spur der Fibroblasten, den Tausendsassers des Bindegewebes. Mit ihrer Kollagenproduktion können sie heilend wirken. Haben wir uns geschnitten, dann verschließen sie die Wunde. Doch zu viel Kollagen kann auch schaden. Schleib und Klingler haben untersucht, wie sich das Gewebe in einem Arm verändert, der nach einer Verletzung eingegipst wurde. Ihre Studie belegt, wie wichtig Bewegung für unsere Faszien ist. Und jetzt hier nach drei Wochen Gips, Immobilisierung, also Bewegungsmangel, sieht man, wie das Gewebe richtig zu Wuchen beginnt. Das linke Bild A zeigt gesundes, unbeschädigtes Gewebe, bevor der Arm in Gips gelegt wurde. Das Bild B wurde nach drei Wochen Gips aufgenommen. Und es ist gut zu sehen, wie sich das Gewebe verändert hat. Es ist verfilzt, die Struktur verdickt und chaotisch. Die Daten, die hier jetzt erhoben wurden, die zeigen das ja eindeutig. Also bei Bewegungsmangel kommt es zu einem Wuchern dieser bindegewebigen Strukturen und dadurch zu einem Funktionsverlust. Das ist im Prinzip das Entscheidende. Und mit allen Konsequenzen. Das heißt, die Bewegung ist notwendig, um unsere Faszien überhaupt aufrecht zu erhalten. Durch mangelnde Bewegung und Fehlhaltungen können Faszien derart versteifen, dass sie Nerven und Muskeln sogar einquetschen. Gregor Antoniadis ist eine Koryphäe auf dem Gebiet der Behandlung von Sportverletzungen. Heute wendet er gemeinsam mit Robert Schleib eine ungewöhnliche Methode an. Das versteifte, weißliche Gewebe hat beim Patienten den Nerv im Ellbogen eingeklemmt. Das ist schmerzhaft und führt zu Taubheitsgefühlen in der Hand. Vor der OP soll Robert Schleib versuchen, das Gewebe durch sanfte Massage zu lösen. Der Hintergrund, da oben, aber an die verbackene Stelle komme ich jetzt, da komme ich ein bisschen ran, sehen Sie? Aber das reicht nicht, um das zu lösen. Also ganz oben natürlich, das ist klar, das ist ja der hautnahe Bereich, aber der ist ja nicht verbacken. Jetzt probiere ich hier die verbackene Stelle, da kann ich es ein bisschen erreichen, sehen Sie? Ich würde das natürlich gerne lösen, aber das schaffe ich nicht. Das ist zu alt, zu fest. Wenn man das von außen gut mobilisieren kann, das Gewebe und die Faszie, da kann man diese Einklemmung des Nervs dann beseitigen. Aber Herr Dr. Schleib hat gesehen, dass das hier nicht möglich ist. Deswegen würden wir dann operativ versuchen, den Nerv zu entlasten, indem wir diese Faszien spalten. Bewegung in jeder Form hält uns gesund, heißt es. Bewegung ist auch für unsere Faszien essentiell. Sie brauchen regelmäßige Stimulation, um nicht zu verkleben oder gar zu versteifen. Das haben wir gelernt. Wer zu seinem Schreibtischjob also nicht für genügend sportlichen Ausgleich sorgt, der verklebt und er leidet oftmals unter Rückenschmerzen. Gibt es also vielleicht einen Zusammenhang zwischen verklebten Faszien und Rückenschmerzen? Um das zu erfahren, reisen wir nach Boston. Hier fand vor zehn Jahren der erste weltweite Faszienkongress statt. Damals mit dabei Helen Langevin vom Medical Institute of Harvard. Sie ist eine Faszienwissenschaftlerin der ersten Stunde. Ursprünglich klinische Medizinerin, musste sie ihre Patienten mit chronischen Rückenschmerzen oft genug nach Hause schicken. Das wollte sie ändern. Es gibt viele Menschen mit chronischen Rückenschmerzen, aber wenn man ihre Wirbelsäule röntgt oder im MRT untersucht, denn da vermutet man meistens die Ursachen von Rückenschmerzen, sind die Befunde normal und geben keinen Hinweis, was die Schmerzen auslöst. Ganz im Gegenteil. Viele haben ganz schrecklich aussehende MRTs mit kaputten Bandscheiben, aber sie haben keine Schmerzen. Da haben wir überlegt, was ist in solchen Fällen mit der Lendenfaszie. Das ist eine riesige Struktur im Rücken. Sie verbindet die Schultern mit den Hüften. Eine große Fläche von Bindegewebe. Was das Ultraschallbild vom Arm verdeutlicht, gilt ebenso für die Faszien im Rückenbereich. Um der Ursache für den unspezifischen Rückenschmerz auf die Spur zu kommen, vergleicht Langevin das Gewebe bei Patienten mit Rückenschmerz und ohne. Und sie stellt einen Unterschied der Gleitfähigkeit fest. Bei normalen Menschen haben wir zwei Schichten. Und sie sollten sich über 65 Prozent ihrer Länge bewegen können, wenn der Rücken sich bewegt. Wir wissen aber, dass diese Bewegung bei Menschen mit Rückenschmerzen auf die Hälfte der Länge reduziert ist. Daraus schließen wir, dass die Schichten weniger gut gleiten können. Langevin macht, wie schon ihr Kollege Schleib, die Zellen des Bindegewebes dafür verantwortlich. Immer dann, wenn zu viel Kollagen produziert wird, wird das Gleiten schwieriger. Im Tiermodell mit Ratten beweist sie, dass Bewegung diese Überproduktion wieder stoppen kann. Wir machen Experimente mit Versuchstieren, bei denen wir eine sehr, sehr kleine Verletzung verursachen. Und dann sehen wir uns zwei Gruppen an. Die einen stretchen, die anderen nicht. Das Tier stretcht also zweimal am Tag. Nur sanft. Das ist ganz sanft. Und dabei haben wir herausgefunden, dass die Entzündung bei den Tieren mit dem Stretching schneller heilt. Die Verletzungen verschwinden. Durch Bewegung und Dehnung heilen Wunden also schneller. Unter dem Mikroskop kann Langevin den Grund dafür finden. Es sind die Fibroblasten, die sich dabei dramatisch ausdehnen. Bis zu 200 Prozent. Und nicht nur das. Die gedehnten Zellen senden Signale, die das Gewebe entspannen. Das war völlig neu. Wir haben herausgefunden, dass die Versteifung des Bindegewebes von Minute zu Minute aktiv durch die Fibroblasten reguliert wird. Die Zellen beeinflussen die Spannung des Gewebes. Und das könnte wichtig sein, wenn wir bedenken, dass die Fibroblasten auf Akupunktur tatsächlich reagieren. Sie dehnen sich aus. Und das lässt das Gewebe entspannen. Genauso wie beim Stretchen. Aktives Stretching, aber auch Akupunktur hat eine entspannende Wirkung auf die Zellen. Und damit auf das verklebte Gewebe, auch bei Rückenproblemen. Wir können also aktiv etwas gegen unser Leiden tun. Aber was macht uns neben einer falschen Haltung und zu wenig Bewegung krank? Langevin untersucht den Zusammenhang zwischen Bewegung, Dehnen und Rückenproblemen und zeigt damit Wege zur Heilung auf. Robert Schleib betreibt weitere Ursachenforschung. Für seinen Versuch spannt Schleib Faszienstücke in eine Apparatur. Das sind also lebendige Faszien, könnte man sagen. Und da geben wir jetzt unterschiedliche biochemische Botenstoffe drauf. Zum Beispiel solche, die bei der Wundheilung aktiv sind. Und gucken, wie stark können sich Faszien alleine, unabhängig von irgendwelchen Muskeln und Nerven, kontrahieren. Und das sind also ganz erstaunliche Ergebnisse. In Reaktion auf die zugesetzten Botenstoffe ziehen sich die Faszien sichtbar zusammen. Das heißt, Faszien reagieren auch völlig unabhängig von einem muskulären oder einem nervlichen Reiz. Und nicht nur das. Spannend war, dass wir Botenstoffe auch gefunden haben, die nicht nur mit Entzündung zusammenhängen, sondern mit emotionalem Stress. Und das war natürlich ein Durchbruch für uns, weil das kennen wir aus der klinischen Forschung. Und da reagieren die Faszien auch drauf, aber ganz, ganz langsam und nachhaltig. Robert Schleib hat damit den wissenschaftlichen Beweis für das erbracht, was die meisten Rückenleidenden schon immer gespürt haben. Emotionaler Stress kann auch Verspannungen und Schmerzen auslösen. Der Übeltäter heißt in Fachkreisen TGF und ist ein Botenstoff, der auf Stress reagiert. Eine bahnbrechende Erkenntnis. Wenn ich wochenlang angespannt bin und nie im Schlaf mal runterfahre, dann verspannen sich nicht die roten Muskelfasern in erster Linie, weil die kann man ja kurzfristig wieder entspannen, sondern das weißliche Fasziengewebe, zum Beispiel die Hülle um den Muskel herum. Und das können wir dann als Manualtherapeuten tasten, dass nicht der Wurstinhalt, wenn man jetzt so einen Muskel als Wurst nimmt, also der Brei hart ist, sondern die Hülle hart ist. Und das wäre jetzt dieser Mechanismus, den wir hier erforschen will. In Walpole, Maine bildet Thomas Meyers Physiotherapeuten, Masseure und Yogalehrer aus aller Welt aus. Er will sie sensibilisieren für die Wahrnehmung des Faszialnetzwerks im eigenen Körper, seine langjährigen Erfahrungen weitergeben. Ich bin ein Autodidakt und habe mir alles selbst beigebracht, mit der Hilfe meiner Studenten und einer ganzen Reihe guter Leute. Aber ich wollte alles über Faszien lernen. Und damals in den 70ern gab es wenig Literatur über Faszien. Bis heute ist Meyers fasziniert vom Faszialengewebe als Ganzkörpernetzwerk, das dafür sorgt, dass wir ein Gefühl für und in unserem Körper haben, dass alles darin am richtigen Platz ist und uns aufrecht hält. In diesem Zusammenhang spricht die Faszienforschung von Tensegrität, einem perfekt arbeitenden inneren Zugspannungsnetzwerk. Tensegrität, die Zugspannung, ist eine andere Art von Konstruktion, die viel besser erklärt, wie die Faszien als System arbeiten. Hier sieht man, es sind nur Stäbe und Gummibänder. Und die Teile sind so angeordnet, dass kein Stab den anderen berührt. Sie werden alle durch die Gummibänder an ihrem Platz gehalten. Wenn Sie sich jetzt so ein typisches Skelett in einem Klassenraum vorstellen, dann sind die Knochen miteinander verdrahtet und man denkt automatisch, aha, in mir drin ist also ein Knochengerüst und das wird von den einzelnen Muskeln bewegt. Wie die Drähte an einem Kran den Kran bewegen. Aber das stimmt nicht. Ihre Knochen gleiten in ihrem Bindegewebe. Und wenn ich Bumm mache und alle Weichteile aus ihrem Körper verschwinden lasse, dann fallen ihre Knochen zu Boden. Das ist ein herrliches Gegenmodell zu unserem klassischen Denken von der Wirbelsäule. Das stützende, das tragende Modell, also das Skelett als Stützstruktur. Und dass die Wirbelsäule wie ein Zeltstab das weichere Zelt dann tragen würde. Und so hat man sich die Wirbelsäule bis vor kurzem auch gedacht. Und hier sieht man ein schönes tensegrales Gegenmodell. Da haben Sie auch die Wirbelkörper. Die ruhen aber nirgendwo mit Kompression abgebend übereinander. Die hängen. Vorausgesetzt, dass die faszialen Elemente, hier die Gummis, eine gute elastische Vorspannung haben. Und dann kann ein einzelner Wirbel auch abgenutzt sein. Und Sie können trotzdem kerzengerade Salsa-Königin von Kuba werden. Die Wirbelsäule selbst ist also nicht allein schuld am chronischen Rückenschmerz. Fehlhaltungen, Bewegungsarmut und Stress machen auch Probleme. Damit unser Gewebe gesund bleibt, müssen wir uns bewegen. Das steht fest. Doch es braucht noch eine weitere wichtige Komponente. Wasser. Das elastische Bindegewebe ist ein riesiger Wasserspeicher. H2O. Darin liegt vielleicht das größte Geheimnis der Faszien. Je nach Alter besteht das Bindegewebe selbst zu 70 Prozent aus Wasser. Und auch für die Bindung von Wasser kommen mal wieder die Zellen des Bindegewebes ins Spiel. In Padua hat Carla's Deco herausgefunden, dass Fibroblasten unterschiedliche Aufgaben haben. Hier können wir zwei Zellen erkennen. Beide sind Fibroblasten. Aber sie haben völlig verschiedene Funktionen. Während diese Zelle wahrscheinlich Kollagen produziert, sind in der anderen Zelle diese kleinen Punkte. Wenn wir das vergrößern, dann sehen wir das Innere der Zelle. Und vor allem diese kleinen Punkte. Sie sind die Hyaluronsäure. Wir können also sehen, wie die beiden Zellen verschiedene Substanzen produzieren. Hyaluron ist das Schmiermittel unseres Bindegewebes. Das Molekül bildet weitere Moleküle, größere und kleinere, verästelt und verzweigt sich und wird so zu einer Art Schwammstruktur, die große Mengen an Wasser binden kann. Je weniger Hyaluron unser Gewebe bindet, umso schlechter steht es um unsere Beweglichkeit. Antonius Deco, der Bruder von Carla, arbeitet als Berater an der New York University School of Medicine und forscht zum Thema Hyaluron. Am Oberschenkelmuskel zeigt er, wie man den Hyaluron-Gehalt weit unter der Haut erkennen kann. Hier sehen wir die untere Haut. Und hier sehen wir die Haut, das Fett, die oberflächlichen Faszien, die tiefen Faszien. Und in der tiefen Faszie liegen, wie man sieht, verschiedene Schichten von Bindegewebe. Zwischen jeder Schicht finden wir Hyaluron. Und in dieser Region hier haben wir mehr schwarzen Raum. Und das bedeutet, dass hier mehr Hyaluron vorhanden ist. Gibt es zu wenig Feuchtigkeit, dann wird das Gewebe rau und spröder, wie Frottee, das aneinander reibt. Hyaluron sorgt dafür, dass alles reibungslos gleitet. In Ulm sind auch Klingler und Schleib dem Hyaluron auf der Spur. Sie wollen wissen, mit welchen Therapien man den Feuchtigkeitsgehalt und damit die Gleitfähigkeit der Faszien verbessern kann. Zuerst messen sie, wie viel Wasser im Gewebe ist. Wir hoffen darauf, dass nach so einer Dehnungsbehandlung, nach so einem manuellen Manöver, der Wassergehalt wieder steigt. Und das Tolle daran ist, wir spekulieren, oder man kann annehmen, dass durch diesen Tausch an Gewebswasser auch Entzündungsstoffe ausgetauscht werden und das Gewebe gereinigt wird. Die Messung deutet auf einen hohen Wassergehalt hin. Mit einem Spezialgriff drückt Schleib fest und stetig auf die Faszien im Rücken der Probanding. Diese alten Bindegewebs- oder Räufengriffe sind das Effizienteste, was wir im Moment gefunden und getestet haben. Dass man ganz langsam einen kräftigen Druck an der Haut anwendet und sich einen Schwamm vorstellt, indem man das vorhandene Wasser versucht, langsam rauszudrücken. Und zwar so, dass keine einzelne Pore nicht entleert wird. Und das macht man natürlich nicht schrubb-schrubb, sondern ganz langsam. Die Messwerte belegen, dass man durch gezielte Therapie die Wasserreserven in den Faszien auffüllen und sie wieder geschmeidig machen kann. Das war vor einer Manipulation. Und da sieht man, wie wir da Wasser rauspressen, also wie in einem Schwamm. Und wenn wir dann mit der mechanischen Behandlung aufgehört haben, dann füllt sich das anschließend wieder mit Wasser. Und hier hatten wir interessante Beispiele, wo, wenn man das stark genug gemacht hat, dass der Schwamm danach feuchter war als vor der ganzen Behandlung. Das heißt, man presst aus dem Schwamm das vorhandene, abgestandene Wasser raus. Wenn man das kräftig genug auch mehrmals macht, dann ist der Schwamm danach sogar feuchter, als er je davor war. Und das ist natürlich interessant für uns. Bei der Massage, aber auch durch Bewegung werden die Kollagenfasern neu ausgerichtet. Die Fibroblasten produzieren frisches Hyaluron. Altes Wasser wird durch neues ersetzt. Die Faszien können wieder besser gleiten. Durch die Massage wird mit Sicherheit der Stoffwechsel angeregt. Aber die Eigenbewegung bringt natürlich noch viel mehr Dynamik ins Gewebe rein. Und zwar durch die Eigenbewegung haben sie auch einen Temperaturanstieg, der schon allein ein Reiz für den Stoffwechsel ist. Da haben sie pro Grad Temperaturanstieg ungefähr 10 Prozent mehr Enzymaktivität. Bei regelmäßiger Bewegung starten die Fibroblasten innerhalb von nur drei Tagen die Produktion von frischem Kollagen und lösen so verfilzte Faszien. Bis sich aber verklebtes Gewebe wieder vollständig und erkennbar regeneriert, kann es bis zu einem Jahr dauern. Bewegung ist gut, aber die richtige Dosierung macht es aus. Wenn ich Sport mache, setze ich Mikrowündchen in Spinnweben, die sich über Nacht gebildet haben. Und da sollte ich nach dem Sport zum Beispiel mir überlegen, muss ich einen Tag pausieren, zwei Tage oder drei Tage. Und dann auch, wie hoch muss die Belastung sein, damit die Baumeisterzellen, die Fibroblasten, angeregt werden, neues, jugendlicheres, belastbares Kollagen in meine Lendenfaszie reinzustricken oder in meine Achillessehne. Also das richtige Wechselbad zwischen einer intensiven Belastung und dann meistens zwei, drei Tage Pause, das wäre ideal. Faszien haben eine ungeahnte Bedeutung für Gesundheit und Wohlbefinden. Die internationale Faszienforschung hat bewiesen, Entspannung und Dehnung unserer Bindegewebsfasern tragen zur Linderung von Rückenproblemen bei. Aber inwiefern helfen auch alte Heilmethoden? Den Zusammenhang zwischen Akupunktur und Faszien will Helen Lorschwa ergründen. Ich habe begonnen, mich für das Bindegewebe und dann für die Faszien zu interessieren, als ich Akupunktur studiert habe. Wenn Sie mit einer Akupunkturnadel arbeiten, müssen Sie die Nadel einführen und dann leicht hin und her drehen mit ein bisschen Druck. Und dann fühlt man als Akupunktur, wie sich das Gewebe um die Nadel spannt. Das hat mein Interesse geweckt. Also ist das wichtig dafür, wie Akupunktur funktioniert? Das hatte bis dahin niemand erforscht. Ist es nur ein Gefühl, dass da irgendetwas an der Nadel festhält beim Hereinstechen und Herausziehen? Oder gibt es wirklich eine Reaktion im Bindegewebe? Das wollte Lorschwa genauer wissen. Wir haben uns erst gefragt, ist das messbar? Kann man messen, was man fühlt? Also haben wir Experimente gemacht, wie ein Roboter eine Nadel einführt, vor- und zurückrotiert und dann herauszieht. Und wir haben die Kraft gemessen, die man braucht, um die Nadel herauszuziehen. Wenn das Gewebe also tatsächlich an der Nadel festhält, dann müsste der Kraftaufwand höher sein. Und das konnten wir nachweisen. Jedes Mal, wenn die Nadel ein- und ausgeführt wird, wendet sich also das Kollagen darum, wie Spaghetti um eine Gabel. Das Gefühl des Widerstands, das Therapeuten schon so lange gespürt haben, hat nun eine wissenschaftliche Erklärung. Hinzu kommt, sogar aus einigen Zentimetern Entfernung reagieren die Fibroblasten auf die Nadel. Ein auch im Ultraschallbild sichtbarer Effekt. Aber was genau löst die Akupunkturnadel in den Faszien aus? Und könnte der Mechanismus zwischen Faszien und Fibroblasten auch den schmerzlindernden Effekt einer Akupunkturbehandlung erklären? Die Fibroblasten, die einige Zentimeter entfernt sind, nicht nur die direkt an der Nadel, sie dehnen sich aus. Sie reagieren. Dadurch entspannt das Gewebe. Und dabei passiert noch etwas, das uns interessiert. Eine Substanz wird freigesetzt, die man ATP nennt. ATP ist ein Botenstoff, der möglicherweise mit dem schmerzstillenden Effekt von Akupunktur zu tun hat. Die Faszien lassen sich, so Hartelin Langevin, nachweisen können, nicht nur durch Bewegung und Stretching beeinflussen. Auch Akupunktur kann sich entspannend auf das Gewebe auswirken und offenbar sogar Schmerzen lindern. So liefert die moderne Forschung den Beweis für uralte Heilmethoden. Während bis vor einigen Jahren bei Rückenschmerz vor allem die Bandscheibe im Fokus stand, richtet sich der Blick nun mehr und mehr auf die Faszien als Auslöser für chronische Beschwerden. Inwiefern das fasziale Gewebe ganz neue Therapiemöglichkeiten eröffnen kann, dafür interessiert sich auch die Schmerzforschung. Siegfried Mense an der Medizinischen Fakultät in Mannheim hat als einer der Ersten die Bedeutung des faszialen Gewebes erkannt. Er wollte wissen, inwiefern die Faszien selbst schmerzempfindlich sind. Dafür müsste es Schmerznerven geben, die direkt in den Faszien angesiedelt sind. Dazu haben wir Experimente gemacht, in denen wir versucht haben, bei der großen Rückenfasie Nervenfasern und einzelnen Nervenendigungen nachzuweisen. Und dies hier ist ein relativ dichtes Netzwerk von Nervenfasern. In diesen punktförmigen Gebilden, sogenannten Nervenendigungen, wurde die Substanz P nachgewiesen. P für englisch Pain, Schmerz. Die sichtbaren kleinen Pünktchen sind Schmerzrezeptoren. Doch wie kann man wissen, ob der Schmerz von der Faszie und nicht vom Muskel ausgeht? Immerhin sind Faszie und Muskel fast untrennbar miteinander verbunden. Mit einer besonders feinen Uhrmacherpinzette wird gezielt die Faszie gereizt. Das Schmerzempfinden wird getestet. Anschließend wird der Muskel gereizt. Wieder wird der Schmerz gemessen. Dann wird verglichen. Faszie oder Muskel. Jeder senkrechte Strich hier ist so ein elektrisches Signal. Und hier haben wir jetzt bei einer narkotisierten Ratte mit dieser Reizpinzette, die ich eben vorgeführt habe, haben wir die Faszie gequetscht. Und wie man hier sieht, tauchen jetzt diese elektrischen Signale mit einer sehr viel höheren Frequenz auf. Auf jeden Fall, was man hier sagen kann, der Einfluss, den die Reizung der Faszie auf diese Nervenzelle hat, ist deutlich größer als der Einfluss von den Rezeptoren in der Muskel. Die Faszien sind durchzogen von unzähligen Schmerzrezeptoren. Und das macht das Bindegewebe zu unserem empfindlichsten Wahrnehmungsorgan. Das konnte zweifelsfrei nachgewiesen werden. Und wie Schleib vermuten auch Mense und sein Team, dass Stress sich unmittelbar auf das fasziale Gewebe auswirkt. Und damit kommt der Sympathikus ins Spiel. Der Sympathikus ist Teil des vegetativen Nervensystems. Vom Gehirn aus über das Rückenmark führt er zu fast allen Organen. Wir können ihn nicht kontrollieren. Bei Stress wird er aktiv und programmiert unseren Körper wie in Urzeiten auf Kampf oder Flucht. Dann sorgt er für erhöhten Puls, feuchte Hände und zittrige Stimme. Wie kann er aber das fasziale Gewebe beeinflussen? Auch das konnte Mense nachweisen. Das hier ist jetzt so ein typisches Bild, was uns bestätigt hat in der Annahme, dass diese Fasern tatsächlich in der Faszie vorkommen. Man sieht hier ein Geflecht von Nervenfasern. Und wenn man das noch stärker vergrößern würde, sieht man wieder diese kleinen punktuellen Erweiterungen, diese Fasern. Das sind hochwahrscheinlich sympathische Fasern. Das heißt, wenn diese Fasern erregt werden, durch Stress beispielsweise, dann setzen sie Substanzen frei, die zu einer Kontraktion der Blutgefäße führen. Und das wäre einer der Mechanismen eventuell, der erklären könnte, warum Patienten sagen, unsere Rückenschmerzen werden stärker, wenn wir unter Stress stehen. Bisher haben wir erfahren, wie Faszienschmerz durch Be- und Überlastung ausgelöst wird und über die Nervenbahnen hoch in die Großhirnrinde führt, dort, wo der Schmerz entsteht. Bei Stress dagegen könnte der Weg umgekehrt sein. Stress aktiviert den Sympathikus. Der fährt über die Schmerzautobahn im Rücken nach unten in die Nerven der Faszie. Wir haben Rückenschmerzen. Seitdem wir wissen, dass die Faszen eine sehr wichtige Schmerzquelle darstellen, einmal, weil sie sehr stark innerviert sind und weil sie sehr gute Verbindungen haben zu den Nervenzellen im Rückenmark, also sehr effektive Verbindungen, kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Faszien eine große Rolle spielen bei diesem weichteilbedingten Rückenschmerz. In der Heidelberger Universitätsklinik treffen wir Jonas Tesatz. Als Doktorand hat er gemeinsam mit Mense den Zusammenhang zwischen Stress und chronischem Rückenschmerz entschlüsselt. Er ist sich sicher, dass Schmerz unter bestimmten Bedingungen vom Körper anders verarbeitet wird. Ausgehend von Untersuchungen bei Patienten haben wir festgestellt, dass sich Patienten mit einem hohen Grad an Stress oder vor allem auch Patienten mit psychischen Traumatisierungen in der Vorgeschichte, mit emotional belastenden Erlebnissen, dass die sich in ihrem Schmerzempfinden unterscheiden von Patienten, die das nicht haben. Und interessant war, dass es vor allem Unterschiede gibt im tiefen Schmerzempfinden, also im Empfinden von myofaszialen Reizen. Heute misst Tesatz bei einem Patienten mit chronischem Rückenschmerz das Schmerzempfinden der Faszien. Dabei interessiert ihn besonders, wie hoch das sogenannte repetitive Schmerzempfinden ist, das heißt, wenn Schmerzen immer wieder auftreten. Wenn ein repetitiver Reiz stattfindet, zum Beispiel durch falsche Bewegungsabläufe oder durch falsche Bewegungsmuster, dann neigen Patienten mit einem hohen Level an Stress oder mit traumatischen Erfahrungen dazu, dass sich dieser Schmerz besonders einprägt. Also man kann sich das vorstellen, dass die myofaszialen Gewebe einen besonders schnellen Draht haben ins Gehirn und ins Schmerzgedächtnis und dort dann auch besonders schnell chronifizieren können bei Patienten mit hohem Level an Stress oder traumatischen Erfahrungen in der Vorgeschichte. Vermutlich haben Patienten mit chronischen Rückenschmerzen ein besonders ausgeprägtes Schmerzgedächtnis. Zur Behandlung sucht Tesatz den Weg über das Gehirn. Dafür verwendet er eine Behandlungsform, die sich in der Traumatherapie bewährt hat, das EMDR. Beim EMDR sollen durch Augenbewegung belastende Erlebnisse verarbeitet werden. Könntest du noch mal kurz schildern, die Situation, als der Schmerz zum ersten Mal aufgetreten ist? Ja, war Heidelberger Halbmarathon, Kilometer 20, steiles Bergabstück. Und dann plötzlich auftretender, stechender Schmerz. Beim EMDR folgt der Patient der Handbewegung mit den Augen. So sollen die Selbstheilungskräfte des Gehirns aktiviert und negative Erfahrungen neu bewertet werden. Nach der Behandlung überprüft Tesatz, ob sich das Schmerzempfinden in den Faszien verbessert hat. In einer Studie wurden zwei Patientengruppen mit chronischem Rückenschmerz verglichen. Die einen wurden mit Medikamenten und Körpertherapie behandelt, die anderen mit EMDR. Das Ergebnis? Nach Behandlung mit EMDR war ein Fünftel schmerzfrei. Der Hälfte ging es deutlich besser. Ein ermutigendes Ergebnis. Die Vergleichsgruppe schnitt schlechter ab. Dass die Faszien für den chronischen Rückenschmerz eine große Rolle spielen, ist nicht mehr zu bestreiten. Endlich gibt es auch eine wissenschaftliche Erklärung zu einem Phänomen, das wir alle kennen. Stress kann Rückenschmerzen auslösen und verschlimmern. Bewegung und Dehnung können verklebtes fasziales Gewebe erneuern und Rückenschmerzen mindestens lindern. Und auch jahrhundertealtes Heilwissen findet dank moderner Forschungsmethoden seine nachträgliche Bestätigung. Das alles verbindende Gewebe ist der Ort, wo man die Ursache für Krankheiten suchen muss. Und der Ort, wo Heilung beginnen kann. In den letzten zehn Jahren haben wir viele Studien veröffentlicht. Die Faszienforschung hat enorm an Fahrt aufgenommen. Aber wir sind auch von Null gestartet. Wir haben begonnen, die Anatomie zu verstehen, die Mikroskopie, die Arbeit mit den Zellen. Aber wir müssen noch so viel begreifen über die Faszien. Die Faszien sind in den letzten Jahren unversehens vom Neben zu einem faszinierenden Hauptdarsteller geworden. Die Wissenschaft setzt große Hoffnungen in die Faszienforschung. Auch in der Onkologie. Wenn Stretching eine Fibrose und Entzündungen verbessern kann, dann ist es ganz logisch, sich zu fragen, ob wir auch das Wachstum von Krebs reduzieren können. Das untersuchen wir jetzt. Damit hätte ich gar nicht gerechnet, dass das Gebiet der Onkologie plötzlich eines der aktuellsten ist, wo die Faszienforschung gebraucht wird und großen Beitrag liefert. Also da bin ich eigentlich, da möchte ich mich nicht festlegen, wie die Zukunft aussehen wird. Aber die hat noch etliche Überraschungen parat. Die Erkenntnisse der Faszienforschung zeigen, dass in dem bisher kaum beachteten Bindegewebe die Ursache liegt für unerklärbare Krankheiten und Schmerzen. Aber auch ein unerschöpflicher Quell der Heilung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017